So, ja, dann begrüße ich euch mal ganz herzlich zum mittlerweile fünften Part von Let's Play New Super Mario Bros. V. Together. Heute mit dabei, neben uns drei, in der Escalator. Adios, das ist mir. Servus. Hallo. Richtig. Hi. Jetzt hoffe ich mal, dass du auch hier laut genug rummerkst, dass du auch mit auf der Audiospur bist. Kann ich machen, ja. Das kommt mir aus. Das war genug dran. Ja, mit dem Ausschlag zu teilen. Okay, nächstes Level. Diesmal zu viert. Juhu. Oh je. Ich kann auch mehr Kallastrope. Und los geht's. Ich bin ja immer noch im Mikro. Alter, ich fliege hier rum wie ein Weltmeister. Hallo. Hallo, ich bin wahnsinnig. Oh, ich bin wahnsinnig. Wer ist das? Ja, los geht's. Jeeeeee! Ahhhh! Jena! Wolltegars in den 8. Du bist ja ne Banane. Alter, wie geil die hier umbüßen ganz einfach, ey. Nein, Blase! Ahhhh! Ich hoffe, das wollte jetzt keiner von uns. Ich spieß schon mal weiter. Nein! Gib dir Rottel. Blasi, Blas. Geh doch mal dabei, jetzt. Was brauchst du denn eigentlich? Wuh! Das war Tobi-Style, ja? Hey! Shit! Hier ist noch ein Pilz, falls noch jemand möchte. Wollt jemand One-Up? Ja. Ja. Nein? Ja. Was? Ahhhh! Ich hab ja soo! Ahhhh! Warte, warte, warte. Ups. Aua! Ey! Schön erstmal auf die Kurve drauf. Warte! Vorsicht! Ah! Autsch! Sorry! Dann ist die Gefahr gebannt! Puh! Puh! Ey! Hallo, ey! Oh, ey! Ich komm, guck mal! Den Ob ist da, der grad abgestürzt ist, da rechts. Alter, Alter! Alter, ich düse hier viel zu hart rum, ey! Das krieg ich überhaupt nicht! Ah! Ich krieg die Böden, willst du nicht! Wuh-uh-uh-uh-uh-uh! Wuh-e-uh-uh-uh-uh, helda! Huiii! 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 Ha! Geil, der hoch ist! Ich chill erstmal auf die Runde! Vorsicht! Lumba! Aaaah! Ich bin sehr gut! Gluba Plasien! So, jetzt kommt hier erstmal nichts! Ups! Lass mich da! Rote Räume geht's meist nicht. War da auch eine Plattform da unten? Ja, ich weiß. Das hab ich jetzt gemacht. Das kann man schon machen, oder? Zieh ich den jetzt da unten? Geh mal weg! Woah, geh doch selber weg! Wo bin ich denn jetzt raus? Wo bist du? Geht alles! Wie Poppy! Du hast ja eine Gnade! Das war ich gar nicht! Aua, 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 aua! Halt die Dinger doch! Wooh! Wooh! Wooh, da kommt ein Boomerang! Man hat ja keine Blaue! Nein, du bist ja keine Rote! Warum bin ich denn klein? Ich dachte, ich wär groß! Ich dachte, ich wär groß! Alter, die kommen ja zurück! Ich dachte, ich wär klein! Wooh! Ich dachte, ich wär groß, man! Darf ich, darf ich, darf ich? Du, schwaaaiiiin! Du Schwein! Warte mal, ihr wirst Sachen, wo man mal in der Gegend donnern möchte! Ich glaub, damit... Möchte ich groß werden? Ich glaub, ich möchte klein bleiben! dass mich doch dahin die ganze nicht kaputt und ich weiß was macht man ich wollte eigentlich oben drüber aua wer ist gestorben hallo was doch so Dann will ich eigentlich hingehen. Das will ich auch nicht. Kann meine Pflanze sterben? Hallo. Ich mach mal nicht weiter. Dankeschön. Ich bleib mal lieber hier. Boah, ich ziehe. Dann geht's, Sammy, los! Nein! Manni, bleib los im Schnee. Ich renne mal weg. Nein! Ich hab mein Wissen zur nacken Schnee. Ja. Ja. Jetzt lass mich bei. Ja, Gruden. Kommt doch einfach rüber jetzt. Echt? Kommt doch einfach rüber. Alles fadet nur auf euch. Wir haben das schon alles geschafft. Nein, hier seht ihr euch Chiller. Ja eben. Chiller ist übereinander. Super Mario Prey! Welche Idioten springen mir denn auf dem Haken? Hallo, was wollen das? Genialo, Brothers! Könnten andere Leute rumspringen. Bullshit, ey. Bin doch schon tot. Wir machen das jetzt hier mal runter. Aua. Was macht denn die Blume da hoch? Sprich mal von mir runter. Ich möchte dich jetzt nicht runterschmeißen. Na, na, na. Jetzt gibt's erstmal Klamotten für alle. So, du kannst jetzt hier die Pflanzen kaputt feuern. Mal die Pflanzen kaputt. Hier, ich nämlich mittenfeuerst. Geil. Wie ein Pante. Oh, Leute. Könnt ihr da nicht feuern? What? Wer stirbt denn hier da? Ich? Ja, ich. Das ist doch wieder für Klebi. Jetzt bräuchte mir jemand eine Fliegerkappe oder so. Ja. Oder jemand, der da runtersteht. Du möchtest ja wenigstens das Ding eigentlich damit. Ja, warte, dann sofort. Ich mach mal runter. Jetzt gleich. Wir hatten noch ein Bild. Wir können noch ein Bild. Oh, Leute. Wir müssen uns beeilen. Wir haben noch 100 Sekunden. Schau mal von mir runter. Ich kann nicht mehr. Es ist irgendwie so gut. Ach, sag ja. Komm jetzt. Hol mal irgendwo anders. Ich hab keine Lust mehr. Ah! Ah! Schade. Entschuldigen. Es ist in Ordnung, wenn sie jemand holt. Aber es ist nicht in Ordnung, wenn hier alles kaputt ist. Nicht alle blasen. Jetzt. Komm damit. Nein. Wahnsinn, Digga. Nein. Wahnsinn, Digga. So eine Scheiße. So ein Mist. Wie geil. Hol dir einfach jetzt mal. Genau. Huch. Falsche Taste. Wir haben gerade eine Fliegerkappe hier eingesammelt. Zwei Spiele. Jetzt bloß kein Scheiß. Bauern entgegen irgendwelchen. Komischen Fragezeichenblöcke donnern. Dann werden wir verlieren. Also hier zum Beispiel. Da steht ein neues Schüttel. Also hier nicht regendonnern. Warum nicht? Weil es dann gleich wieder Feuer ablegen geht. Ja. Wir sind doch schon alle groß. Das richtet sich immer danach, als du momentan der Spielstoff ist. Wenn zwei klein sind mit einer groß gibt es zum Beispiel zwei Pflanzen. Toll. Schon geht es los. Es gibt zwei Pilze und eine Blume zum Beispiel. Gibt es zwei Pilze und eine Blume zum Beispiel. Gibt es zwei Pilze und eine Blume zum Beispiel? Jo. Nö. Och nö. Hallo lassen Sie mich bitte raus. Gibt es was? Sigi? Sigi? Na das hätte ich eh nur gelb erwischt. Die düster fröhliche Blase rum. Die wollen mich reinziehen. Die wollen mich reinziehen. Jo Brrrrrrrrrr. Ja Brrrrrrrr. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Waren wir noch mit dabei? Ne jetzt nicht mehr. Hier gibt es Feuerblumen. Ja, ich bin Mary. Du? Nein! Ahhhhhhhh! Ich habe zu viel dran gegangen. Geh doch mal von mir runter. Jetzt willst du mal zu reden. Was macht ihr denn? Ich warte hier. So willst du sein sein Schottel. Jetzt Sammy! Aber jetzt Sammy! Was machst du denn? Bleib da mal stehen. Was machst du denn? Komm mal zurück. Wie brauchst du mal so lange? Ja, du rennst immer nur rum. Das war ganz cool. Ja, da oben war kein Blatt mehr. Sammy ist ständig nur am Vorrennen. Das ist doch scheiße. Ständig. Das war das erste Mal. Ständig. Wer feuert eigentlich da runter? Welcher Depp? Warum denn nicht? Ja, weil sie ist jetzt kaputt gemacht. Weil die Feuerbälle die Blase verbrachen. Was? Eisblumen auch. Also. Äh, Eisblumen. So. Weiter geht's jetzt. Das ist irgendwie der zweite Reflex hier nicht geschafft. Warte mal ganz kurz. Blase! Nein. Geht mir auf den Zack. Ah! Wieso stürften der jetzt? Ihr habt doch Blase gedrückt. Aua! Schoßen jetzt weiter. Irgendwann noch mal 44 Sekunden. Was? Sammy rennt jetzt durch und hier Blase hinterher. Wow! Oh! Toll, jetzt habe ich zwei Leben. Ja, das ist doch besser als kein Leben. Juhu! Du bist da doch rum! Toll. Du hast es zu viel Schätze oder sowas geschafft. Da kamen wir kurz noch ein Special. Oh! Ich bin so in da. Nicht. Richtig. Ja! Ja! Los geht's zum ersten. Ja! Ja! Hör dem Haus! Pils! Können wir wieder Wand klatschen? Ja! So fett wird das nächste. Das ist eine Unglücksrabe. Ach, das war das letzte Mal auch. Das letzte Mal auch nur Scheiß geballt. Ja! 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 Hallo! Was denn? Ich bin doch nicht. Ich bin doch nicht. Ich versuchte uns zu gewinnen. Tja-la. Jetzt bin ich gar nicht erster. Ja, suchen Sie bitte die Browser. Uuuuh! Was sah aus? Das ist egal. Da bin ich jetzt nicht einzukommen, ne? Ah, Marti, Tür auf! Ah! Darf ich den hier nehmen? Ja! 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 Klappt doch alles! Jo! Ja! Du bist ein Unglücksrabe! Unglaublich! Siehste? Wir hätten alles cool. Ich hab zwei Mini-Pilze aufgedeckt. Ach, das hohe! Passt doch schon so! Jetzt ist mein letzter Mal rum! Zeig mal letzter Mal hier! Hey! 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 Das ist ja noch gar kein Schloss. Das ist ja erst noch mal inzwischen eben. Ja! Und wir haben fast wie eine Lücke die Stünde voll. Ja! Und das noch! Lame! Guck mal, wir haben keine längere Folge. Hier! Von Letz... Länger! Letz... Länger! Da oben ist noch was! Nein! Warten wir mal gehen, damit wir nicht wissen, was es ist! Man rentiert im Leben! Scheiße! Es ist ja dunkel! Guck mal ein Licht an hier! Haben wir doch! Feuerblut, glaub ich. Ich hätt gern mal ein Licht. Wo bin ich denn da unten? Wapps! 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 Wir ballern ja alle wie die befloppten! Ja, da mit Licht! Und ich flieg durch hier! Äh! Jetzt ist Licht aus! Jetzt Licht! Jetzt gibt's Licht! Jetzt wird kein Licht! Da ist noch... Da ist noch ein Licht! Aua! Ich will aber kein Licht! Ich will aber kein Licht! Aua! Wo ist das? Hilfe! Nein! Drück mal auf meinen Kopf und schluss den mal ab! Ich hab nichts mehr! Ich brauch's noch! Blockier mal die Blumen! Boah! Wenn man daneben steht, kommen keine Blumen mehr! Wenn man daneben steht, kommen keine Blumen mehr! Äh! Draufstur ist kein Blumen! Lava! Ich stand nur... Der hat ja die auch schlackgeschossen! Ich stehe euch! Hat er nicht! Was? Ja! Halt! 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 Hallo! Da kommt... Da kommt ne bitterböse Blume! Woo! Volltreffer! Na, so ein Scheiß! Kommst du mal wieder bei? Warum machst du die Blubberbläse? Das war mir zu doof jetzt! Hilfe, mein Propeller! Jane! Ja, ich will jetzt da unten rein! Halt! Halt! Ja, ich muss ja auch noch sagen... Nein, wieso kommst du denn jetzt da hoch? Huuu! Oh! Ich will eigentlich immer in die Röhre rein, aber es klappt ja alles nicht! Wie leid, dass ich auf deinem Kopf bin, aber... Oh, nöööös! Jetzt will ich eigentlich immer da hinten an die Röhre, aber das geht ja auch schon wieder. So, toll, jetzt geht's da geil rein! Ja, super, rein zur Scheife für umsonstgeschissen, ja. Hilfe! Wo war das denn? Ich hab mich eigentlich in dem perfekten Let's Play auf 5 weiter benutzen. Ich hab... Was macht man denn mit dem? Einfach trüger oder ich? Ich bin ein Kleines drüber. Da oben ist was! Ich will auch was! Ich bin tot! Ich hab was. Ich hab nix. Naja, was soll. Oh, dankeschön. Feuer mit Feuer bekämpfen ist irgendwie nicht so ein Schlag. Oh, was ist denn hier? Oh, mach dich kaputt! Was ist denn hier? Wir müssen da rum als Paolo. Ich mach das. Geht mir nicht so auf'n Senkel hier, hier. Scheiße, wie's auch. Oh, das ist halt mal. Plomb! One eye! Da geh ab deinem Tauern. Dieá! Das mannst du mit Windy, du. Ritter! Hoopsie! Hoopsie! Wollen du mich eigentlich abgeben? Ich hätte doch gerade noch zwei. Ah! Ich könnte falsch verstanden werden. Niemals. Jetzt büst' nach oben rum. Jetzt hat mich der dumme Schwanz erwischt, das waren auch zweigleutig. Das gibt Gänsehaut. Was ist das? Ich weiß nicht wieso. Hallo, da sind Schwanzer drüber. Äh... Hallo, cheating! Hallo, cheating! Ja, überschwärme! Da kommen wir nicht durch! Jetzt krieg ich mal hier eine Kutze. Haltet mich nicht auf! Heute ist noch was zum Sammeln. Ich seh nix. Okay, wir machen uns. Ist schon alles vorbei. Hallo! Die Bühne ist sowieso schon die ganze Zeit Musik. Weil die sonst wieder auf der Aufnahme wäre. Juhu! Wir sind jetzt erst bei der Hälfte. Oh, Patti! Ey, ich bin klein. Ich bin schon wieder tot. Ich war gar nicht! Nein, das war Patti! Wir stehen hier. Hier oben. Ja, überlebt dies. Kack direkt. Müsst ihr jetzt mal. Blase! Wo wollen wir uns alle hin? Ja, Blase! Bleibt doch mal stehen hier! Was könntest ihr euch alle zu mir? Wo war das denn? Ich bin durch den... Verarsch mich nicht! Ich hab's gar nicht jetzt. Lamito evu! Oh, schön Kacka, du! Toll! Jetzt ist da oben auch so ein blöder Feuer, aber... Mh, Feuer! Hup! Hup! Ich will ihn mitnehmen! Nein! Das geht ja gar nicht! Wir müssen dich mitnehmen! Ja! Lass mich bloß in Ruhe! Seh nicht! Kommt da irgendwann was Blödes? Nö! Habe ich meine Fliegerkacke? Verloren! Ach! Und jetzt sterb ich! Glaub' was! Nein! Ich hab's wieder verloren! Lass sie mal gegen den Tüben warst, oder? Ich hab' mich gelehnt! Ich hab' mich gelehnt! Ich hab' mich gelehnt! Ich hab' mich gelehnt! Oh, ich muss mal groß! Na heut' ich auch nicht! Sie gehen nur kaputt hier in dem Level! Warum sind die denn so groß? Was? Hat denn keiner Feuer? Keiner Rauchen? Nö! Leider nicht! Wow! Wow! Gesunden Menschenverstand! Wo sind eigentlich die anderen Münzen? Pff! Keine Ahnung, aber es war schon ganz schön dunkel! Mit schon scheiße oder was hier! Mit mich mit! Wie viel? Vorsicht! Panzer! Was schießt du denn da runter? Lass sie ihn doch da in Berlin! Ah! Jo, jetzt warte! Du kommst jetzt als letzter hoch! Du auch! Aua! Das macht weh! Das war ein guter Trick! Das ist peinlich! Tschüss! Haha! Klatschi! 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 Alle für Scrubsuchties müssten das jetzt irrrr finden! Xerz! Okay! Wir sind nur zweieinhalb Minuten drüber! Ist doch an Atmen! Yo! Check die Flow! Feierabend! Der mit der rosa Sonnenbrille! Was mit dem? Der ist da oben! Und so steht! Und so steht! Ja! Und so steht! Der mit der rosa Sonnenbrille!